Wieso? WTF? Was ist das? Da war doch ein Weg in der... Was macht denn der jetzt hier? Wer hier? Die Leiche? Ja. Gute Frage, der war wahrscheinlich noch lebendig und ist dann keine Ahnung. Jedenfalls gehe ich jetzt mal weiter. Ich kann irgendwie behören, oder? Okay, ja, aber passiert nichts. Okay, es ist abgeschlossen. Die Tür, wo der Gefangene raus ist, abgeschlossen. Äh, wo der Psycho raus ist. Ich zieh mal an dem Seil und guck mal, was da rauskommt. Okay, da kommt nichts. Kann man irgendwas dranhängen? Nein. Ein Hölzene Eiben, hast du das? Was, ein Eimer? Ja. Nö. Was denn? Das sind gegen nichts. Ach, hier, was hier. Die Zelle hechtzt in der Leiche. Und bei der Leiche wo? Hechtzt bei der Leiche. Ah, hier, ich hab's. Oh, ich hab's. Super, aber, 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 hallo. Okay, das ist der falsche Eimer, sehe ich Gott. Find deinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, die aus diesem Bereich herausführt. Ah, hier ist der Eimer, jetzt hab ich ihn. Ähm. Ah, ich hab, ich hab, ich glaub, ich hab ein, der, mit dem ist so ein Film, ne? Jojo, genau, da drehe ich jetzt, ich lass den Eimer jetzt runter. Okay, ist am Wasser und jetzt zieh ich wieder hoch. Okay, jetzt hab ich dann Wasser, äh, Wasser, ja. Immer einmal. Wasser einmal aufgehoben. Ah, genau, warte, äh. Irgendwie, dass die Giftrieße musste man ja waschen. Ah, ne, warte, ist das Blut? Das Blut musste man, glaub ich, waschen, ne? Ne, doch nicht. Nix musste man machen. Was kann man denn mit dem Wasser machen? Ähm. Kann man hier hin tun, ne? Ah, in dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann nicht erreichen. Dann lass ich da jetzt Wasser rein. Jo, jetzt geht's. In welchen? Jetzt haben wir, ähm, rechts von der Tür, die Tours. Rechts bei dem Rohr, und dann steht da, da ist ein Schlüssel, bla bla bla. Ah. Hast du's? Und dann steckst du da den Wasser und du bist da. Stimmt, genau, okay. Und dann sag mir, wenn du die Tür öffn. Ich hab. Moin. Hast die Tür öffn? Es ist offen. Okay, ich geh da jetzt. Boah. Oh boy. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du scheiße. Oh. Ach du scheiße von hinten. Guck mal hinter dir. Ach du scheiße. Brenn. Du musst trennen. Die Tür aufmachen. Ja, hinter dir. Da verfolgt dich was. Ach du scheiße. 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 Stein. Weg da. Oh Gott. Scheiße. 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 Ich kann da ja. Scheiß Stein. Oh Gott. Das hat mich schon errichtet. Ich sterbe. Ich sterbe. Das hat mich schon errichtet. Oh Gott. Achtung. Ich bin schon tot. Und. Brenn. 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 Ach du scheiße. Okay. Die Steine sind dann schon weg. Das ist schon mal gut. Okay. Weiter. 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 Du scheiße. Rechts oder links. Rechts oder links. Rechts. Fuck. Links. Oh Gott. Oh mein Herz. Das. Mein Herz pumpt. Und pumpt. Treppe runter. Treppe runter. Ins Wasser. Nein. Oh Gott. Ins Wasser auch noch. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott. Es verfolgt dich sogar ins Wasser. Und wieder hoch. Oh Gott. Puh. Rechts. Links. Links. Immer links. Rechts. Das ist bei mir. Links ist da weg. Warte. Wo ist die Tür? Links ist da weg. Okay. Dann musst du rechts. Hauptchip. Oh Gott. Ich bin im Hauptchip. Wenn dich verfolgt, ist mich nicht weiter. Wasser. Das ist das rote Zeug da. Einfach durchs Wasser laufen. Bis zum Hauptschiff. Okay. Ich bin wieder da. Ach. Das ist so heavy. Oh endlich. Beruhige Musik. Alter. Mein Herz ging voll auf. Boah. Oh Gott. Wow. Jetzt lege ich mich wieder hin. Einfach durch das Haus. Genau. Einfach. Es passiert. Nichts kommt. Einfach blauen. Scheiß. Ob da jetzt. Nein. Ist das überhaupt laut? Scheiß. Ist das schon gewonnen? Oh Gott. Oh Gott. Und dann nimm den Zettel auf den Tisch und dann kommt eine Sequenz wo du umkippst und ich bin draußen. What the fuck? Ich bin auf so einem Feld mit Häusern. Ich lauf da jetzt. Ich hör Pferde aber ich seh keinen. Ich lauf einfach zu den kleinen Durfter. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte sein auf der Coaches sitzen und fühlen mich zwieselkennen. Wir haben jetzt wieder Schwarz. Und es lädt wieder. Und ich stehe wieder auf. Oh Gott. Achso, das waren wir doch nicht. Er war mit seiner Frau und zwei Kinder. Wir haben den Coaches und haben ihn. Der Besuch war nicht erwähnt. Und Alexander konnte den Zimmel auf den Zimmel nicht unterhalten. Er ging um die Farmhands zu beachten. Ich beginne zu schauen. Was kann mit den Türmen machen? Gar nichts. Ich warte jetzt. Dann lass uns mal die Tür rein. Oh Gott, rot wieder. Oh Gott, sag nicht, ich will schon wieder rennen. Okay, Tür auf. Oh Gott. Die Tür weiter. Oh Gott, oh, das sind ja gut. So, die nehme ich bitte. Oh, okay. Dann mal weiter. Oh Gott. Oh, ich hasse es, wenn das einen attackiert. Oh Gott, wir müssen da durchlaufen. Oh Gott. Wir müssen da durchrennen. Was habe ich? Wunde, Blut, ziemlich stark. Okay, ich nehme den Ding und renne da durch. Oh Gott. Okay, ich habe es geschafft. Okay, du auch? Nein, ich bin noch dort. Ganz unschuldig. Okay, ich bin jetzt bei der Wendeltreppe. Ich warte auf dich. Einfach. Nein, das ist aber ein Holzblock dazwischen. Einfach dupen. Rennen, rennen. Bist du bei der Wendeltreppe? Noch nicht. Okay. Jetzt du. Bitte. Jetzt bin ich bei der Treppe. Okay, jetzt lass uns runtergehen. Runde. Ein Klau. Wuhu. Wuhu. Oh Gott, was ist das? Ich weiß noch immer nicht, was das rote Zeug ist. Das ist wahrscheinlich, ich weiß, keine Ahnung. Oh Gott, nicht schon wieder springen. Oh, warte. Kann man nicht irgendwas nehmen? Ich nehme mal die Kiste, spring drauf und spring. Oh Gott, Gott, Gott. Das Labor ist jetzt offen. Oh Gott. Ich bin jetzt wieder beim Geist da unten. Das Labor ist jetzt offen. Welches Labor? Ach so, da oben? Ah, genau. Ah ja, wir müssen ja noch, guck. Agripp, der Sternbrant, ein spezielles Tonicum, das ihn rettet. Okay, da gehen wir ins Labor, ja? Oh, ich brauche Öl. Hat hier Öl, 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 nix. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir... Ah, warte, ich kann hier die Lampen ausmachen. Ah, hier jetzt eine Bürste. Oh Gott, hier ist ein Monster. Was müssen wir tun hier? Okay, also, warte mal, ich guck mal jetzt. Okay, das, 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 das grüne, das Ding, kommt in die Drehpresse da. Der Safter. Das grüne Teil. Warte mal. Äh. Ja, genau, das kommt da, siehst du ja so ein, so ein Drehding, ne? So ein, siehst du das? Der Safter, das Drehschirm werden. Ah, ich brauche einen Behälter oder nicht? Ich habe keinen Behälter, hallo. Ich habe... Ich habe ein Glas Blut, aber das... Hast du einen Behälter? Nee, ne? Hm. Mann. Aber wie... Wo kann man das dann reinmachen? Ich habe nur das Glas Blut. Oh, warte mal, ich mache... Was passiert, dass ich das da reinige? Das Blut muss gereinigt werden. Ja, mit was denn? Wie? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Es fehlt noch was, glaube ich. Weil wir brauchen ja auch drei Dinge und... Ja, ich habe kein Gefäß. Oder was ist das? Ist das da noch sowas? Oh, warte. Nö. Irgendwie nicht. Hast du... Du hast auch keinen Behälter gefunden, ne? Nein, nein, wir hatten ja... Das Glas ist... Welches Glas? Mit dem Blut hier drin, ne? Ja, das habe ich auch, aber das geht nicht. Ja, gereinigt werden muss es erst, ähm... Kann man das da nicht reinigen? Ah, okay, du kannst es da rechts draufsetzen... Und dann kannst du es anzünden. Vielleicht wird es dann gereinigt, wahrscheinlich. Jo, okay, jetzt ist es, glaube ich, gereinigt. Toni kommt noch nicht vollständig. Okay, dann nehme ich jetzt das... Toni kommt noch nicht vollständig und... Dann... Jetzt, dann kann ich es runterstellen und jetzt kann ich drehen. Okay. Und jetzt ist... Oh Gott. Toni kommt noch nicht vollständig. Jetzt muss man noch hier... gesammelt werden, wahrscheinlich. Das haben wir... Ne, jetzt kommt irgendwie... Es muss noch irgendeine Option. Wir brauchen genau, ähm... Die aus drei Ingredienzien hergestellt wird. Wir brauchen irgendwie noch was, aber ich habe nie was gefunden. Ich auch nicht. Also, gehen wir erst mal wieder zurück zu... Ah, genau. Den Knochen. Ah, genau. Den Knochen. Genau, es geht sogar. Yes. Yes, es geht. Super. Jetzt zu und pressen. Yes, es geht. Oh, super Idee. Okay, dann wieder zurück. Das ist super. Wow. Wow. Was zum... Boah. Was? Wieder so. Du hast es geschafft, Gott sei Dank. Boah, wir müssen eben den Kopf abtrennen, Alter. Wirst du meinen Kopf absägen? Ach, du Scheiße. Dann nimm meinen Kopf mit dir. Was musst du uns machen? Warte, ist... Warte, ich zeig's mir. Du musst handeln, ja, das ist mir. Klar, warte mal. Ich habe es denn jetzt gegeben, dass Toni kommen. Kopf absägen. Ja, wie? Was? Ich habe... Wo hast du eine Säge? Hast du eine Runde? Nein, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Da links...